Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Stardew Valley. So wir müssen mal gucken was wir heute so anstellen für Sachen. Hier heute, was brauchen wir nicht. Geht erst mal raus und guck mal was uns da draußen erwartet. Oh wir haben Post. Post ist immer gut. Tomorrow is the feast of the winter star. Did you get a gift for your secret friend Penny? The feast starts at 9am in the town square. See you then, Major Louis. Pintchen? Hm, was war hier noch was aus? Ne, hier war alles fertig. Was ist das da unten? Müsst ihr wegnehmen? Keine Ahnung. Das kommt hier in unsere erste Box. Ne, weg. Eier wieder hier. Eier haben wir ja schon viele mittlerweile. Ich glaube wir brauchen mal mehr Eiermaschinen hier. Mayonnaise-Maker quasi. Steine, Earth-Crystal, Coverbar. Holz, Steine, Earth-Crystal, Coverbar. Ja, machen wir doch mal. Wir kriegen ja jeden Tag eigentlich drei Stück. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Earth-Crystal. So habe ich sie vergessen. Kofferbar auf jeden Fall. Kofferbar Sandstone? Ach ne. Holz und Steine. 50, ne? Ach guck mal, gedrückt dann. Perfekt. Ah, wunderbar. So, und jetzt nochmal 50 Holz. Jetzt hatte ich hier eine Ahnung Holz liegen. Holz, Hardwood. Nehmen wir mal die sieben Holz mit hier. Und dann bitte noch irgendwo anders. Hier 43 Holz. Perfekt. So. Ich habe mich verzählt, wir brauchen nur 15 und 15, oder? Ja, 15 und 15. Gut. Immer drei Stück. Immer so mal zwei Eier. Schmeißen die dann her. Das dauert ja so ein bisschen. Dann können wir morgen so mal drei Eier holen. Immer drei Dinger produzieren. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Kohle. Steine? Steine? Ne. Kein Platz. Ach, hier war Saatgut drin. Und hier sind die anderen. Ah. So, hier Holz. Gehen wir heute noch. Wie genannt immer die Mine? So, müssen wir was zu essen? Energy. Jawohl. Ja komm, das muss doch reichen. Wir können mal gucken, ob wir... Ich glaube nicht. Pizza? Aber eigentlich nicht. Aber wenn wir eh schon in die Richtung gehen. So, haben wir wieder unsere Minecard. Was habe ich mit dem Bus hier los? Die müssen wir reparieren, glaube ich, ne? Ja, das müssen wir auch noch, wenn wir schon Sachen gefunden haben. Dann können wir auch wieder mit dem Bus fahren. Und dann geht's doch nicht in die Wüste. Ich hab das Gefühl jetzt hier mit unserem Upgrade... ...unser Ausriss, dann sieht wir jetzt schon deutlich stärker irgendwie. Ähm... Ja... Wenn man dann aufpasst und die richtige Taste drückt. Hm, gibt's hier noch irgendwas sinnvolles? Nimm mal einen runter erstmal. Ich habe einen Rundfunk. Ich habe einen Rundfunk. Ich habe einen Rundfunk. Ah, Winterlood. Ja, 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 was gibt's denn noch hier? Irgendwas schönes machen, komm, komm schon. Ich muss nur noch ein bisschen durchwaschen, Lägel. Und umso mehr wir jetzt erschlagen hier an Klangkram, umso besser werden wir auch mit der Angst. Ja, wir haben noch die Kachse. Ja, ein bisschen tiefer, ja, komm, das ist ja mal einfach eine Herausforderung. Also, hier sind wir hier. Wir haben hier die Kachse, mit einem Schmerzschmerzt. Wir haben hier eine Herausforderung. Gleich Developer, wir haben die Kachse. Wir haben hier gerade nach undueinander. Wir haben hier die Kachse. Wir ziehen hier, die Kachse qui und denen auch etwas ist. Aber das ist auch alles gut. Ah, zwei um die gehoben, sehr gut. Ah, zwei, zwei, zwei. 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 Ah, zwei, zwei, zwei,ợi. Ja, die sind schön. Ich will Erydium. Ich will Erydium. Warum? Ich bin Erydium. Ich bin Erydium. Ich bin Erydium, ich bin Erydium. Das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nimm einen Giftigen hier mit dabei, ne? Ist mir echt gut. Kaufen wir den Giftigen. Packen uns erstmal die anderen weg. Ein paar Eier hier rein. So. So, das läuft. Wir haben gebraucht ein Geschenk. Was verschenken wir denn? Ein Glow Ring. Verschenken wir ein Glow Ring? Guck mal, seine Mütze können wir uns aufsetzen. Das sieht total abschließend aus. Dann kriegen wir sie wieder. Gott sei Dank. Schenken wir mal den Ring. Am 9 Uhr beginnt das. Wir können das schon mal auf dem Weg machen. Vielleicht können wir da irgendwo Kleinigkeiten einsammeln. Oh, jetzt müssen wir warten, oder was? Mann, 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 Mann. Ein Schluck Cola. Warum gibt es in Wetter eigentlich hier keine Gewitter? Können wir doch schon mal schön unsere Dings hier auffüllen. Ja, wir fest sind. Herr, es begann hier. Toll, jetzt können wir wieder hinlaufen, oder was? Ey. So, 40.000 haben wir bis jetzt. Ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, wie viele die Frühlingsfrüchte sind. Aber wir können auch immerhin 256 Früchte, glaube ich, anbauen. 8x8, 64. 64, 4x4, doch. Wo ist denn Emily? Sie werden lieber raus. Emily war doch meine Dings, ne? 1x4, das ist kein Problem. 2x5, doch so. Nichts? 0x8,4x7,2x4,0x3,1-0. Was hast du mit der Spirit Tree gefunden? Ah, hier ist Emily So ist hier der Bürgermeister Ich muss die Geschichte mal starten hier Ach guck mal Wo fängst du? Na? Na Alter Wieso, wo ist er denn jetzt? Bin ich blind? Ach, Penny war das Nein! Ich kann ihr den Ring nicht geben Nein! Penny war das Nein! Warum kann ich hier keinen Ring schenken? Können wir irgendwas finden? Ja hier ein Stück Stein schenken? Keine Ahnung Müll irgendwas finden Ohhhh Nein Nein Nein, ich kann nichts kaufen Ohhhh Ohhhh Ähm Ohhhh Ohhhh Das ist voll schade Ich dachte ich kann den Ring verschenken Hat nicht sollen sein, hat nicht sollen sein Tja Pech Kann ich alles haben Tja Pech Dann kann ich alles haben Tja Pech Dann kann ich alles haben 600, 900 Lasst einen Daumen da Oder ein Abo Schreibt was in die Kommentare Wir sehen uns Ciao